hallo ihr lieben ja heute möchte ich euch mal ein fotobuch zeigen was rauskommen kann wenn ich eine woche lang ein puppenspiel workshop mit kindern mache dieser dieser workshop hier der hat eine woche gedauert wurde gefördert unter anderem von einer stiftung aber nicht nur als es gab irgendwie zwei oder drei förderinitiativen und kinder zwischen sechs bis zehn jahren haben daran teilgenommen während der ferienzeit und das alles hat im bürgerhaus vestibül stattgefunden in dieser woche haben wir dann unter anderem eintrittskarten gebastelt es wurden es wurde ein bühnenbild gebastelt für den hintergrund für die bühnen für die puppen bühne die die workshop puppenbühne die ich mitgebracht hatte und ich hatte ebenfalls ich glaube es waren so 30 bis 50 handpuppen aller art also kleine und große dann dabei sie durften die kinder ausprobieren und bespielen und gucken wo die unterschiede sind mit welcher puppe sie sich wohlfühlen welche puppe irgendwie für sie die passende ist wo ihnen am meisten einfällt welche geschichte sie erzählen könnten damit und ja wir haben dann ideen auch angefangen aufzuschreiben und die kinder die schon schreiben konnten haben geschrieben und es waren immer zwei kinder die zusammen gemeinsam eine geschichte entwickelt haben genau beim essen haben wir dann auch immer ein bisschen quatscht über die ideen die man so hatte und sich ausgetauscht es gab dann auch bewegungsspiele und improvisationsspiele und ja es gab es gab dann auch eine eine aufführung genau und dort durften die kinder dann auch mikrofone benutzen das wurde auch vorher geprobt wie geht das eigentlich mit dem mikro damit die kinder sich daran gewöhnen wie ihre stimme klingt und wie sich das anfühlt wenn man eben durch mikrofon spricht das fanden sie auch alle sehr aufregend wir hatten auch ein bisschen licht für die puppenbühne dabei und ja am ende gab es dann tatsächlich fünf geschichten die die kinder immer zu zweit erfunden und dann vorgespielt haben genau und ich selbst war als puppenspielerin nicht dabei sondern ich war dann die erzählerin und habe dann während der geschichten immer so ein bisschen das wie eine märchenerzählerin begleitet und immer natürlich beim bei den einzelnen stücken musste man natürlich immer gucken dass die kinder erst mal hinter die bühne kommen dann kommt die nächste gruppe dran aber das hat richtig toll funktioniert und dabei sind dann am ende hatten wir dann circa 30 minuten aufführung und diese aufführung hat dann vor den eltern und einer kita gruppe stattgefunden genau es war eine kita gruppe aus der nachbarschaft da jedenfalls ein super workshop und ich spiele sehr sehr gerne puppentheater aber ich gebe mein wissen auch gerne weiter